Das ist sein erstes Konzert hier. Er hat die kräftigste Stimme aller Opernsänger. Oh, toll. Gleich werden wir den großen Pizzano hören. Sieh mal, der Scheinwerfer geht schon aus. Wenn man zur besseren Gesellschaft gehört, muss man ab und zu in die Oper gehen. Oh weh, der Kronleuchter lässt sich aus der Verankerung. Wenn er herunterfällt, werden sehr viele Leute verletzt. Mithilfe meines Leimkolls werde ich das verhindern. Sieh mal, durch den Gesang zerspringen alle Glasscheiben. Sie, Sie haben das ganze Opernhaus ruiniert. Raus hier, sofort. Die Stimme des großen Pizzano ist ihm wohl etwas zu kräftig. Ja, das glaube ich auch. Pizzano, ich werde dich ab sofort managen. Wir starten zusammen eine neue, glanzvolle Karriere. Ha, ha, ha. Ich weiß schon, wie wir mit deiner goldenen Stimme Geld verdienen können. Ist das klar, ja? Sehr viel Geld. Oh, oh. Dieser Quark führt wieder etwas im Schilde. Wir sollten den beiden heimlich folgen. Okay. Das hier ist dein erster Auftritt. Sing, Pizzano. Sing schon. Irii. Ha, ha. Sieh dir das mal an. Und es gehört alles uns. Nicht zu hastig, Quark. Pizzano, los, schnell. Sing, sing. Okay, verschwinden wir. Sie sind in Kombi, Rakulus. Los, schnelle das Katzenmobil. Oh, durch Pizzanos Gesang zerspringen alle Straßenlaternen. Und auch unsere Scheinwerfer. Der große Pizzano singt jetzt für Quark. Und, Miraculus, was sollen wir tun? Wir werden Ihnen eine Falle stellen. Ich habe folgenden Plan. Ah, der größte Diamant der Welt wird ausgestellt, wert eine Million Dollar Ein vollkommen einbruchsicherer Glaskasten soll vor Dieben schützen Das bringt mich auf eine Idee Und der Kasten ist wirklich einbruchsicher? Ja, er besteht aus dicken Panzerglas, außerdem ist er im Boden verankert Seht mal, da ist der große Pizzano, er wird ja ein Konzert geben Wohin, so eilig? Oh, ich verschwinde wohl besser Mit meinem Fangstrahl-Colt werde ich ihn schon kriegen Oh, nein, bitte nicht